Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Görings Sorge ist nicht so unberechtigt. Wenn unsere Kommunikationssysteme zusammenbrechen und das kann stündlich geschehen, dann sind wir in der Tat von der Welt abgeschnitten. Befehle und Anweisungen können dann nicht mehr übermittelt werden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Er ist nicht in der Bunkeranlage.